Ich lerne heute Fahrradfahrt, juuuuuuuuu! Jo, Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr wisst ja, die Sommerferien haben begonnen. Wir sind hier am Start. Ihr wisst, beim letzten Video oder beim letzten Mal, alle, die es verfolgt haben, haben wir für Cain einen Roller geholt. Ihr wisst Bescheid. Er dorfte sich bei Smith Toys, was aussuchen hieß früher Toys R Us. Und dann hat Cain sich das hier ausgesucht. Da meinte er aber so, Mann, ich hab jetzt einen Roller, aber ich möchte aber auch Fahrrad fahren lernen. Dann dachte ich mir so, okay, alles klar. Du hast aber jetzt gerade einen Roller bekommen. Aber das mit dem Fahrer müssen wir erst mal gucken, weil wir dachten erst mal so, Cain, schafft das nicht erst mal bei sowas, ne? Weil es gibt ja Roller mit Zweirädern, ne? Oder nicht? Du musst ein bisschen mit mir reden, weil du filmst nur, ich rede und weißt du, das geht nicht. Wir hatten gedacht wegen dem Gleichgewicht, dass er das nicht schafft. Genau, so dachten wir das, aber ey, das hat wirklich geteppt. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Wir haben ihm auch einen Helm geholt, alles Mögliche. Ey, Leute, wir sind wirklich überrascht, dass er das konnte. Und ich denke mal so, wenn er das schon kann. Cain, komm mal kurz, du wolltest doch auch mal Fahrrad fahren lernen, ne? Kannst du bitte mal zeigen, dass du das hier fahren kannst? Jeder, der das jetzt sieht, weiß genau, was ich meine, weil eigentlich von Dingen, es gibt ja Roller mit Dreirädern. Und guck mal hier, Cain. Und mach einfach beide Füße drauf. Guck. Wow. Ey, Leute, wirklich, wie gesagt, ich bin gespannt. Cain hat aber leider jetzt gar kein Fahrrad, aber wir werden das Fahrrad von Tyrese nehmen und gucken, ob Cain denn wirklich Fahrrad fahren kann. Cain, kommst du mit? Wir holen schnell Tyreses Fahrrad und dann fahren wir. Komm, komm. Komm, komm. Oh. Gut, klar. Ich lerne heute Fahrrad-Radio. Komm, kannst du mir bitte helfen? Ja klar, Cain, kann ich dir helfen. Cain? Hm? Glaubst du, du passt darauf, dass das Tyrese Fahrrad, ne? Ja. Geht das? Ja. Oh, ich bin so gespannt. Ja, komm, lass mal rausgehen und gucken, ob das wirklich klappt. Oh, da kommen sie schon, ich bin mal gespannt. Ah, du, 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 du. Cain, warte, noch nicht Cain, wir gehen extra irgendwo hin, wo wir das tun. Vielleicht da auf dem Rasen, falls er fällt oder so. Cain kriegt jetzt ein bisschen Unterstützung. So, wer bist du mein Bester? Der Set. Wie geht's dir Set? Du hast jetzt auch Sommerferien, ne? Ja. Was geht in den Sommerferien? Nichts. Ich gehe Geburtstag feiern, schwimmen, chillen. Chillen. Alles machen. Alles machen. Ja. Ich werde Fußball spielen. Das sind deine Hobbys, oder was? Ja. Fußball spielen, schwimmen gehen. Chillen. Chillen. Ja. Ich weiß nicht, ob chillen ein Hobby ist, aber ja. Was geht bei dir? Ich gehe nach Köln. Du gehst? Ich fahre schon. Oha, du gehst nach Köln? Nein, ich fahre schon. Achso, du fährst. Okay, erzähl mal ein bisschen von dir. Ich fahre nach Köln für eine Woche. Ja. Dann für drei Tage nach Holland. Ja. Dann verabrede ich mich. Ah, also du hast einen Plan. Diese sechs Wochen willst du richtig mit Plan ausleben, ne? Ja. Stabil. Welche Klasse gehst du? Äh, jetzt, also nach den Sommerferien 5a. 5a? Ja. 5a? Wir alle drei. Oha, ihr seid, oha, ey, ihr seid ein Team, ein Team. Kennt ihr alle The Fresh Family? Ja. Feiert ihr, ne? Ein bisschen, oder? Ja, ja. Wo bist du gut? Mathe, Deutsch, Englisch? Ähm, Mathe. Mathe? Englisch, Deutsch, Sport. Englisch und Deutsch. Wer ist der Beste von euch? Englisch. Okay, mach Shee-Shop-Shop. Wir gucken jetzt, wer der Beste ist. Komm, wer ist der Beste? Ey, wie ist es hier? Bis eins. Bis eins? Shee-Shop-Shop. Ja? Ey, wie war denn bis zwei? Nein, bis eins. Shee-Shop-Shop. 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 Ja! Oh, du bist der Beste! Du kannst dich ruhig freuen. Du kannst dich ruhig freuen. Freust du dich nicht? Ja. Sieh! Okay, Jungs, richtig stabil von euch, ne? Wollt ihr zugucken, wie Kane Fahrrad fahren lernt? Oder wollt ihr Kane ein bisschen unterstützen? Komm, wir gehen rein. Komm, los! So, Leute, wir haben jetzt einen Ort ausgesucht, wo es weich ist, damit er sich nicht wehtun kann. Ich müsste jetzt eigentlich den Sitz ein bisschen hoch machen, ne? Ist das zu klein, Feen? Ja, ich denke schon. Katie, Mama ist ganz aufgeregt, mein Schatz. Okay, ey, Leute, 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 heute ist der Tag der Tage, wo mein Sohn Kate Fresh Fahrrad fahren lernt, ja? Uuuuh. Oh, die lachen mich aus. Ey, du weißt, er ist der Beste, ne? Ich hab's schon mitbekommen, ja, er hat gewonnen, guck mal hier. Er ist besser als ihr hier. Ich hab besseres Zeugnis. Jungs, ich glaub, wir müssen mal so machen, ne, dass wir ab und zu mal hier hinkommen und was Krasses drehen. Habt ihr Lust drauf? Ja. Ja? Dann machen wir was Krasses und dann seid ihr immer alle dabei, ja? Die Sommerferien, also wenn ihr nichts unternehmt, dann machen wir was. Okay, bist du ready? Oh, oh, ich seh schon. Bist du ready? Ja. Papa, hilf dir einmal hin und zurück, okay? Okay, du musst dein Gleichgewicht halten, mein Schatz, ja? Fuß drauf. Alle gucken dir zu. Uh, und du musst treten, Schatz, du musst treten. Wenn du nach hinten tritt, ist es Bremse. Du musst nach vorne treten, okay? Treten. Genau so. Das ist Fahrradfahren. Du musst immer halten und aufpassen, dass du zählt. Ich glaub, er hat das Gefühl noch nicht, oder? Nein, ich glaub, er sitzt einfach zu. Zu weit unten? Zu weit unten. Weiter, Papa. Komm, du musst nach vorne treten, genau. Ja, nach vorne treten. Treten, richtig mit Kopf. Kädchen, nach vorne. Du musst ein bisschen, äh, ich glaub, er kann nichts für. Ich glaub, das ist der Sitz einfach. Ja, man muss auch immer das Gefühl zum Treten haben, ne? Okay, du musst nach vorne treten. Genau, trete. Ja, genau. Weiter, weiter. Ja, genau. Soll ich gleich loslassen? Uh, toll! Geh du nach vorne. Geh du nach vorne. Oh, oh. Okay, du willst das auch festhalten, ne? Ja. Kannst du sagen, so, Mama hat auch mit dir Fahrradfahren gelernt, Kädchen. Wird nicht für ihn besser als Lisi? Ja, nicht so einfach, ne? Ja. Und mach, du tritt. Wir lernen das ja gut, okay? Treten, Schatz, treten. Ja, und lenkt man ja, 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 ja. Okay, aber wenn du lenkst, während du lenkst, musst du trotzdem treten. Ja, du musst immer weiter treten, sonst fährt das Fahrrad nicht weiter, weißt du? Und weiter geht. Okay, und treten. Treten und lenken. Sehr gut. Immer nach vorne. Und weiter. Ich glaube, das geht ja. Das geht nicht, ne? Das geht nicht, ne? Und jetzt los treten. Treten. Richtig mit Wucht treten. Nach vorne. Und weiter, weiter, weiter. Sehr schön, K. Nein, er macht automatisch nach hinten. Ich glaube, wir müssen aufhören, weil hat jemand von euch noch zu Hause ein Fahrrad? Hast du ein Fahrrad? Nein, ich schieße. Viel zu groß. Guck nach vorne. Er konzentriert sich zu doll auf seine Füße. Nein. Doch, ey. Er kommt nach unten. Statt nach vorne. Checkst du? Ja, aber das Ding ist, er kann nicht treten, weil das ist viel zu klein. Guck mal hier. Er sitzt viel zu tief. Wisst ihr, was ich meine? Das Ding ist, er kann nicht treten, weil das zu klein ist. Ja, ich bin ja nicht dumm. Deswegen sage ich ja, er kann es, er könnte es. Diese Diskussion. Ey, warum Diskussion, Digga? Er kann nicht drauf treten, weil er kann nicht, weil der Winkel, der Winkel. Ich sag, du alles fährt, aber er könnte es. Er könnte damit fahren. Also, Leute, das ist gerade nur eine Diskussion. Aber du verstehst nicht, was ich meine. Du verstehst nicht, was ich meine. Er konzentriert sich, weil er denkt, ich gehe wieder zurück in diese Bremse. Und dann will er auf die Füße gucken, damit er weiter geradeaus so macht. Kann auch sein. Kann auch sein. Egal was passiert, du hast immer recht. Nein. Hab ich nicht. Schade, Kay. Aber egal, Kay. Das hast du super gemacht. Check. Aber ein Ehrgeiz. Er will das die ganze Zeit machen jetzt. Nein! Er will das weiterfassen. Okay, mach noch eine Minute, komm. Du bist alleine gefahren. Oh, ey, Leute, es hat gerade geklappt, aber wir haben keinen Akku mehr. Komm. Kay, du musst nach vorne treten. Komm, Kay, da schaffst du. Und nach vorne. Genau. Super. Oh, nein. Nicht nach hinten. Noch mal. Aber er ist voll ehrgeizig, ey. Das gefällt mir. Okay, los. Und nach vorne gucken? Guck einfach nach vorne und du tretest nach vorne. Kay, das ist so eine Erinnerung, das wirst du niemals vergessen. Heute ist es das erste Mal, dass du Fahrrad fährst, Junge. Komm, let's go. Komm, Kay. Komm, Kay, genau. Oh, schade. Weiter, noch mal. Komm, du schaffst das. Komm. Du machst das richtig gut. Sehr schön. Komm, Kay. Glaubst du, er schafft das? Safe. Glaubst du, er schafft das heute noch? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Ich bin richtig gespannt. Komm, Kay. Kay, du musst deinen Fuß auf Pedal drücken. Du machst das doch gut, alles gut. Kay, das machst du richtig gut, aber du musst deinen Fuß auf Pedal drücken. Du musst hier rauf drücken. Immer nach vorne. Guck mal, immer nach vorne. Fuß, als würdest du treten auf den Boden. Genau. Und da andere Seite auch. Schön schnell treten. Kay, du musst Spannung am Körper halten. Genau. Oh. Kay, genau. Oh, Mann. Du schwitzst, oder? Demotivierst, weißt du was? Nein, ich demotiviere nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, bei mir. Das schaffst du. Ja, sehr schön. Und halte. Okay, halte. Oh, nein. Oh, nein. Alles gut. Alles gut. Du hast das super gemacht. Du hast wieder alleine gefahren. Hast du gemerkt? Mama hat sich losgelassen. Du warst so ein starker Junge. Okay, jetzt ist Papa dran. Wichtigste ist einfach, dass du hier erst mal fest bleibst. Drück einfach deinen Fuß da und du musst nach vorne. Guck mal, schau es noch einmal, wie du alleine fährst. Das schaffst du. Und du musst wie beim Roller fahren. Also, kann man nicht vergleichen, aber du musst nach vorne. Du musst drücken. Du musst mit deinem Fuß drücken. Drück mit. Ja, genau. Ja, genau so. Und weiter so, okay. Weiter. Oh, mein Gott. Ja, ja. Wuhu. Richtig gut. Das machen wir jetzt nochmal. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du diese Pedale, okay. Du musst deinen Fuß. Pedale. Pedale, ja. Genau. Da musst du deinen Fuß raufdrücken und das muss fest bleiben. Du machst das toll. Und es geht nur nach vorne. Ja? Guck mal, hier auch. Hey, bist du ready? Jetzt machen wir das nochmal. Trete nach vorne. Wuhu. Trete nach vorne. Trete nach vorne. Sehr gut, Schatz. Trete nach vorne. Trete nach vorne. Wow. Du fährst alleine. Wuhu. Wuhu. Oh, Mama ist so stolz am Ding. Richtig gut. Noch einmal. Okay? Mama und Papa kommen auch ins Schwitzen. Du machst das so gut, Schatzi. Ehrlich. Richtig gut. Ich glaube, er schafft das auch. Aber das ist auch eine gute Übung. Ja. Lass dich das klein und mit deinem Fahrrad holen. Dann ist es easier noch, ne? Oder wenn du den Sitz ein bisschen hoch machen, dann ist es, glaube ich, einfacher für ihn. Weil ich glaube, er kann nicht so drücken, also auf die Pedale drücken. Er hat diesen Druck nicht, ne? Weil sein... Man abrutscht auch, glaube ich, ne? Rutscht ab. Weil er kann diese Kraft nicht holen, weißt du? Deswegen... Drück mal mit deinem... Okay. Du weißt doch, guck mal hier, ich zeig dir. Guck mal hier dein Zeh, ne? Drück dein Zeh so nach unten. Und dann drück mit deinem Knie. Und guck nach vorne. Nein, okay. Super. Genau. Genau so, Schatzi. Immer weiter. Du machst weiter. Genau. Guck. Ja. Koste. Mach mal. Und drücken, 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 drücken. Ja, genau. Genau so, Schatzi. Genau. Weiter. Ja, du fährst, mein Schatz. So. Richtig gut. Oh, mein Gott. Und bremsen. Genau. Check. Check. Sehr gut. Wow, es ist einfach sein erstes Mal, dass er Fahrrad fährt, ne? Das ist heftig. Und du bist so toll, weißt du das? Das machst du richtig gut. Du kannst alles, mein Schatz. Also, wir brauchen nicht so viel, glaube ich. Ich merke, er hat das drauf. Ich glaube, nach ein paar Mal, sagen wir so eine Woche, dann kann er schon... Er kann das, ja. Also, ich würde mal sagen... Er will die ganze Zeit weitermachen, weil er hat selber Spaß daran, ne? Richtig Spaß. So, Leute, wir beenden das. Also, auf jeden Fall. Leute, jetzt sind wieder Sommerferien, ihr seid wieder alle zu Hause. Wir werden jetzt wieder auch richtig gut produzieren. Wie gesagt, Daumen nach oben. Abonnieren, Leute. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, sehr, sehr wichtig. Und alle, die uns seit Tag ein supporten, wir lieben euch. Und wir machen weiter für euch, Leute. Ihr wisst Bescheid, The Fresh Family. Wir sind da für euch. Und wir hoffen einfach bald, dass Caden bald entspannt Fahrrad fahren kann. Alle Daumen nach oben. Lasst Liebe in den Kommentaren für Caden. Und falls ihr irgendwie Ideen habt an die Mütter, Väter, da draußen, wie ihr eure Kinder das Fahrrad fahren beigebracht habt, schreibt es in die Kommentare. Würde uns freuen. Und an der Stelle... Ciao! Mach mal Daumen nach oben. Daumen nach oben. Ja! Mach mal einen Daumen. Yeah! Okay, mein Schatz. Krass, ey. Okay, komm. Komm. Ich bin so ein ehrgeiziger Junge. Yeah. Yeah, boy. Hey, everybody. Oh, komm weiter. This boy is ehrgeizig. Ich kann nicht mehr. Ey, der Junge, das ist das erste Mal, dass der Fahrrad... Okay, drum weiter. Go weiter bis am Ende. Okay, weiter. Let's go. Oh, nein. Warum kriegst du Tränen? Warum kriegst du Tränen jetzt? Ey, der Junge ist so heftig. Wow. Mama ist emotional. Nein. Er ist so heftig. Warum... Er kann das einfach. Das ist heftig. Ich bin schockt. Er ist so groß. Wow. Und er ist so ehrgeizig, dass er selber sagt, nein, ich will weiter machen. Nein. Ich will weiter machen. Nein. Er macht weiter. Wir müssen, glaube ich, demnächst ein Fahrrad holen. Er will das jetzt, glaube ich. Also... Er ist auch so weit, weißt du. Ey, er fährt einfach. Das ist krass. Er will die ganze Zeit weitermachen. Das freut mich, oder? Ja, das freut mich auch richtig. Er ist ehrgeizig auf jeden Fall. Guck mal. Guck mal. Wow. Kay Zen. Fresh. Kay, nach vorne. Guck mal, er geht schon mit Pedale so um. Er hat das schon öfters gemacht. Komm, Kay. Ein bisschen windig. Er muss das so nach vorne rollen. Äh. Nach vorne rollen? Nach vorne rollen? Genau. Und treten dabei. Kay, du musst aber treten dabei. Dann rollt das. Genau. Wenn nach vorne trittest, dann kannst du die Pedale bewegen. Also dann bewegt sich die Pedale. Wow. Genau. Komm, drück. Drück. Lenk. Ja. Drück. Komm. Oh, nein. Nein, Fußschirm rauf. Oh, ha. Okay. Komm, drück. Drück. Komm. Du bist ein Löwe. Du bist ein Löwe. Komm einmal ganz rüber. Komm, Kay. Komm, Kay. Einmal ganz rüber. Yeah. That's magic. That's magic. Wow. Kay. 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 Ey, das ist krass, Kay. Ey, das ist krass, Kay. Er macht einfach mit Tyrees Fahrrad, lernt er einfach das erste Mal Fahrrad fahren. Komm, Kay. Oh. Let's go. Drück. 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 Oh, Gott. This boy. Guck mal, der hat das raus. Komm, drück. Drück. Oh. Ey. Oh. Ey, das ist so heftig, ne? Das ist so heftig, ne? Ich bin selber schocky, dass das war. Ich bin schock einfach. Wow. Heftig. Bis zum nächsten Mal.